ja hei und herzlich willkommen hier wieder wenn es heißt mafko und der spielpirate machen ein lpt und zwar auf einem survival games server da drüben steht der mafko und der kloppt gerade wie ein irre auf dem stein rum sie stand jetzt hüpft und grinst er entschuldigung das ist auch gar nicht mafko eigentlich ist das ja chuck norris so hier ist die neue map die vier die letztes mal bestätigt ja ok in 96 hängen ja ich laufe da hinten hin wir waren schon mal im flugmodus hier gespielt haben wir es noch nicht so 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 ich renne jetzt hier mal ganz schnell zu einem schiff das ist da hinten ich würde ja gerne schnell rennen aber jetzt bin ich in die kiste reinge ich habe einen diamanten ein diamanten und eis und ich bin auf dem weg zu kam oder sind doch schon zwei stück einer ok also wer haut mich denn jetzt hier so was laufen wir gerade ein bisschen zu viele lang dann kommen hier hinten siehst mich ich gehe zum vulkan zum vulkan hinter dir ist einer das ist ja ich komme gleich zum vulkan ich wollte mal hier glaube ich gerade mal kurz hochlaufen wenn du zum vulkan gehst gehe ich mal kurz hier hoch weil hier oben waren ja auch viele dinge und ich muss mal gucken ob ich gerade zu fressen kriege weil mein meine lifeline die lässt gerade ein bisschen nach also mich verfolgen ja ich weiß nicht ob es man verfolgen nennen kann ich klopfen sich und schwimmen in meine richtung ok also liebe leute hier ist hier die neue map ja wie sein wer hat mich jetzt hier gehauen oder hat mich selbst gerade wehgetan also ich weiß nicht diesmal bin ich unschuldig diesmal bist du unschuldig ich glaube ich jetzt nicht hin ich muss mal gucken wo ich hier hin muss wo ich den schwierigsten sprung gerade erst mal geschafft hey irgendwas irgend an irgendwas verletze ich mich hier die ganze zeit und ich habe keine ahnung an was es ist ein es ist ein viewer der mich die ganze zeit irgendwie runterkickt jetzt gehen wir doch nicht ins gesicht hier alter ja also ein bisschen baggig ist die ganze sache hier noch okay ich werde von einem verfolgt aber ich glaube nicht wirklich dass der das schwamm nur ein bisschen so ich bin jetzt mal hier oben in einem haus sehe nur einen ofen und ein crafting table ich schupe sich den gleich in die kabel so jetzt gehen wir hier hoch und guck mal was los hier verfolgt mich einer der nimmt die einfache variante wie ich verfolgen dass die einfache variante jetzt bin ich selbst untergeflogen alter mann guck mal ich habe schon richtig leben verloren ja ich bin bei der kiste ganz oben und die frage nicht angehen aber ich habe den kaputt eben schon machte den steinarst bekommen ja der hat mich ja so ich versuche jetzt mal auf den schnellsten weg nach unten zu kommen ich habe ihn mit einem schlag getötet echt ja und jetzt habe ich jemanden wo es ist wirklich ich lauf gerade mir rennt hier die ganze zeit mal hinterher die zahl an worte da hackt einer der hackt einer hat mir mit einer angel zwei herzen schaden gezogen und hätte nicht mehr geworfen hätten einfach auf mich drauf eingehen so die kiste ist auch leer leute irgendwie habe ich ein gefühl dass ich hier etwas kistenlos bin ich habe das gefühl dass die runde nicht allzu lange dauern wird weil meinst der wird mit der angel etwas nein ich habe nur so das gefühl die mitte ist nicht allzu groß wir sind mal kaum wie viele leute leben nicht mal so viele abgesehen davon habe ich noch zwei keulen und bin noch relativ platt also ich dachte ich finde hier so ein bisschen was ich hätte gesehen dass hier ein was wäre aber ich habe insgesamt nur eine kiste gefunden an der anderen bin ich wahrscheinlich gnadenlos vorbeigelaufen also ich suche dich gerade dann konnte ich dir ja da bist du bist du denn auch da nein ja wenn du jetzt da wieder runter gehen würdest bitte okay und jetzt gehst mal hier hier siehst du die liane hier zwei nebeneinander und rechts ist eine kleine dran ja genau da gehst hoch hoch noch mehr noch mehr bis ganz nach oben so wir schicken jetzt auch also erstmal ein video erst mein auge ja mein dritter ja wir schieben ja das ist nicht so schön ja so jetzt nicht auf die druckplatte sondern gehe hier links von dir auf den baum genau den und jetzt wenn du jetzt eine kiste bei gerade aus also da ja genau aber die kiste da war ich schon gewesen 0 und wenn wir jetzt ganz nach oben auf den berg hier drauf geht es ist ein haus da war ich auch schon aber ist da eine kiste ich gehe mal gucken ist jetzt in arbeitsloser scheiße ach leute macht doch alles wieder begrenzt spaß ich habe drei herzen nicht zu fressen ja da ist eine kiste wo waren die da da geht es hoch an einer stelle und da ist sogar ein sprungbrett in den see vom startpunkt okay und wo bleibst du ich weiß nicht ich laufe erst mal gerade hoch aber keine ahnung wo du jetzt bist und wo ich dahin ja nicht sehen ich sehe nicht mehr den namen noch bin ich existent so ja ich bin hier und wo muss ich jetzt hoch ja hier links von dir andere richtung genau andere richtung zu rein hier ja hier kannst du rein und jetzt wenn du reinkommst links links und das leiter die leiter habe ich nicht gesehen und leute also ich sterb nur an hunger das war drin aber fällt mir und kommen jetzt wenn du jetzt rauskommst das kloppen sich gerade zwei wenn du die beide den welt unterschaffen hast du vielleicht eine reelle chance zu überleben also ich würde mich beeilen wo kloppen ihnen sich wenn du hier rauskommst andere richtung oder sie sind team aber du kannst sie trotzdem unterschubsen wir sind unten bei der kiste wo du vorhin warst wir sind ja beide runtergesprungen in dem haus war noch ein ofen vielleicht ist da was da war nichts drin also eben von oben kommen noch zwei ich würde abbauen wer sind ob du ihre namen sie ist aber da können hier ist ein schalter kommt mal da runter und das sind schalter jetzt hier liegen hatte hier ist hat sich was geöffnet hatte ich gehe vor euch gefahren halt gleich fertig ja also wenn du das schaffst bist du gut aber leck mich doch aber da ist doch nur ein zaubertisch oder vielleicht was denn da noch darf ich nicht sagen das wäre unfair da ist nur ein zaubertisch nein ist es nicht warum schon ich will dass du an fallschatten verreckst oder an lava na komm lass es sein da ist nur ein zaubertisch ich habe schon gestorben hier ich habe keinen bock mehr ab 8 minuten 15 leute sorry aber ich hatte eine feder gehabt jetzt verrate ich mein geheimnis mit der feder hätte ich jeden killen können so ich bin gestorben nehmen wir noch eine runde auf eventuell ich würde sagen wir könnten noch eine runde aufnehmen dann stoppen wir erstmal hier und schnell wieder zu dabei dann bis gleich wir sind wieder da wir sind wieder da was man auf leute wir sind hier in der dunkelkammer des schreckens in der bibliothek um genau zu sein und ich habe mir vorgestellt dass ich jetzt mal auf den rad von herrn am haus gehören werde ja in ihren und jump and run macht und kummer ich habe schon hier hoch geschafft ich bin dann in der biblio guck mal ja ich hätte ich hoffe ich werde dich noch einholen wenn es nicht so lecken würde das leckt ganz schön wo bist du denn jetzt also ich bin so relativ fast am ersten check point du weißt dass manchmal auf der erde so rote bolle ist und da ist dann sozusagen ein checkpoint ich muss mal dazu sagen checkpoint ich kann dich gar nicht sehen bist du nicht bei diesen jump and run in der bibliothek kannst du nicht sehen nein wo bist du denn gerade in dieser bibliothek start at the green block and get to the red block ich bin der bibliothek man ich stehe auf dem grünen block ja ich stehe genau auf dem grünen block und sehe dich nicht dann ist es ein kleiner block so leute wir wollten um die wette springen und ich bin fertig da habe ich wohl gewonnen ja schade es ist wir sehen uns nicht erst doch blöd wenn wir jetzt aber join und wir uns wieder nicht sehen dann müssen wir mal gucken vielleicht ist es dann ja noch mal anders wenn nicht suchen wir einen server ja mann mein champion ist wieder eine ganz tolle sache ich bin fertig aber ich werde sie auch immer wieder zurückteleportiert teilweise ja das ist ein also ist noch ein bug ja jetzt bin ich gerade durch den steinslap gefallen ach mann ich kann mal einen weiter egal leute also wir versuchen euch ja was zu bieten mich nervt aber auch immer dieser chat hier unten ach jetzt bin ich gar nicht losgelassen hier ist ja eigentlich nur da um die wartetzeit zu überbrücken bis der nächste part anfängt ja ich hätte ja auch nicht aufnehmen müssen aber wenn ich mich jetzt ja schon wieder quälen muss kann ich mich auch gleich zum deppen machen vor der kamera ist ja auch eine coole sache ich meine mafko lust auch total ab eigentlich bin ich habe es schon zum zweiten mal jetzt durch mafko der lust auch total ab nein mann ich hab's jetzt zum zweiten mal schon geschafft wenn du willst kann ich das nächste mal aufnehmen wenn ich das mache also ich kann es jetzt nicht mehr aufnehmen aber ich hab's ja schon zwei mal gemacht ach mann eh mh puh mh ich komme ein bisschen weiter aber nicht bis zum schluss hier oder nicht nicht da über die ach mann hier in der innenseite von der bücherei sind immer diese checkpoints mit den leitern und so wenn du den kleinen wenn du das klein schon mal machst kommst du dabei da raus und das ist nicht so wir wir sind drinnen leute also wir haben jetzt erfolgreich ich sehe dich 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 wir sind wieder auf der map 4 und preis island ja das oh ich hab ne du hast ne gute schadposition muss ich dazu sagen wo bin ich wenn du dich mal umdrehen würdest zu mir und an mir vorbei zu der hängebrücke über uns weißt du was ich glaube ich werde hier aber hochlatschen wie hast du ich glaube kann man nicht hier hochlatschen guck mal ob ich hier irgendwo ne kann man hier komplett hoch wenn du die ganz außen hier die längste nimmst ganz außen wo ist denn ganz außen ist die bei mir hier oder ist die ganz außen ach die hier außen nein ja ähm ganz hoch kommst du auf den erdblock ja 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 und von dem kannst du dann auf die bäume drauf mit ein bisschen schaden worden aber so meine ich hier habe dann komme ich mich hoch nein nur bis zum kriter ich habe ihn doch natürlich kann mich da auch hoch da kann ich auch auf den block kann ich hier hoch gehen und kommen über und los geht's die dritte ich meine übliche rote ein üblich gut sich den einmal gespielt die sterben schon wie sonst was 21 tribute nur noch das heißt schon ganze drei sind tot du bist aber noch am leben oder ja noch noch das heißt so ungefähr in 30 sekunden stirbst du das heißt dass ich jemanden habe den ich der mich gerne hier runter kloppen würde wollen wenn du über ihn stehst dann hau ihn runter das ist nämlich einfacher das ist aber sehr schwierig weil er über mir ist achso dann hau ihn also liane oder leiter oder so weg die jahren kann man ja abhauen was ist mit dem los was macht der denn der ist guck mal ich kann ihn nicht hauen das ist vielleicht ein spektater oder so ne aus irgendeinem grund ja dann geh einfach voll weg von ihm dann hackt der kratz der hackt hier ordentlich leute guck mal robotik irgendwas in der richtung oh gott check und das macht mich grad total fertig weil er auch einen harnisch hat den ich nicht habe und ich hier allerdings ja genau verloren habe ein bisschen auch so du bist tot boah alter das ist ja mal einer oder also entweder war das ein dicker fetter hack gewesen oder ey das kotzt mich tierig an leute weil sowas kann ich überhaupt nicht gebrauchen guck mal da springt er grad ich will mal gucken was der hat jetzt auf einmal guck mal leute der hat die ganze zeit mit der faust auf mich gehauen und seinem lederhaar nicht und jetzt hat er schon nen schwert in der hand so jetzt geht er zur nächsten kiste ey was soll der scheiß mal ganz ehrlich also sowas ne mag ich ja überhaupt nicht also das waren auf jeden fall noch Bugs gewesen ja da hm aber egal gut naja dann äh war es das schon wieder von meiner Seite aus gewesen ich hab mal wieder gefailt du kannst das Ding auch let's failhungle games together oder so nennen ja wo bist du eigentlich ich bin grad im wasser so ziemlich ja du bist aber auch schon längst tot oder ne ne ich bin noch am leben hm weil ich dich gar nicht finden kann hier ja wo hast du da gerade oh mann du bist im wasser hast du gesagt ja nein gar nicht so leute weiß jemand wo Marvco ist ja sag es ihm auf der stelle ich find Marvco nicht ich find Marvco nicht ich find Marvco nicht da ist Marvco ja wo wo bin ich wo bin ich wo bin ich du bist da wo ich jetzt bin was läufst du denn da rum man ich lauf doch gar nicht ich schwimme ja naja ist doch bei der Sandmann ich geh in den Wasserturm ja da kommt man rein wa ja da kommt man rein wa ja da warst du schon mal drinnen gewesen nein hab ich ja vorhin angesehen wie er reingegangen ist auch also jetzt nicht grad in der letzten Runde wo wir beide gefehlt haben aha ist aber hier jumpin ganz schön man muss hier unten drunter siehste siehste ja ja ich bin schon drinnen aber ist ordentlich jumpin run hier ja zum Glück kann ich das hm hm das glaub ich dir also was hier oben ist ach da ist ein Stein an der Decke noch so noch nicht also es gibt hier nur ganz oben ne Kiste doch hier ist auch noch eine drin ähm ich guck grad mal kann man nicht an der Seite noch irgendwo hoch kraxeln what the fuck da hinten hm hm ja schon merkwürdig hier das ganze Ding man sieht hier Marvco zumindest einen Namen wie er nicht ganz 100% erfolgreich ist oh guck mal wir gucken erstmal von hier unten da oh ich seh ihn ich will dich ja gar nicht behindern spring Marvco spring du schaffst es spring für die Ehre du weißt schon ich hab TNC und wir sind auf einem Server manchmal zusammen spring run Forrest run er hat's geschafft Marvco for president so aber der Flugmodus macht mich auch schon fertig hier ähm wo bist du links gegangen oder rechts äh keine Ahnung ich bin hier bei einer Kiste in der Holzachs und fort und Fleisch so soll ich das sagen mein nein unter mich ist einer ähm ich bin hier grad links gegangen also von da wo ich rauskomme links ja ok also in diesem Ding dann 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 doch hier außen musst du lang laufen da wo die Kiste war geh nochmal hoch zur Kiste komm 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 ja ja so Rampen hier komm hier jump 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 schnell da kommt nämlich einer der will von außen hoch aber er schafft das nicht weil es nicht geht ne nicht da lang zurück ach so mein Gott mach da wie der willst da seh ich nicht bist du ja genau und da war's drinnen ja ne Angel cool super komm raus hoch 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 nein komm hoch jetzt du bist echt schlau ja komm jetzt du weißt schon dass die Leitern fehlen oh ja ist dämlich wa du bist ja da reingesprungen ich hab nicht gesagt bring rein und kommst du da wieder raus oh nein gar nicht jetzt natürlich doof sag mir mal kurz was hat der so an Ausrüstung der Angel jetzt spring mal hier spring mal genau da links runter ja ja also du hast nämlich keine Chance deswegen dieser Raven was hat der so das kann ich dir noch nicht ganz genau sagen ich hab mir vor so das Jump'n'Run irgendwie kommst du da hinten rum ja ich komm hier so einigerweise das Wasser ist hier zwei Teep so wenn du da wenn du da ja super ich guck mal grad was er hat wie weit ist er oben sag ich dir gleich ich warte einfach bis er runter fällt er ist jetzt die letzte Stufe jetzt geht er wieder runter hä hä er kommt runter wegen dir ich bin tot alter was hat er denn gehabt Steinschwert oh tja Raven wenn Raven wüsste dass es da oben noch eine Kiste gibt die er nicht gesehen hat aber egal gut na dann würde ich doch sagen sagen wir tschüss an der Stelle und machen erstmal die Aufnahme komplett knapp unter 20 Minuten deswegen mit beiden Teilen zusammen unter 20 oder 20? unter 20 Minuten achso machen wir ja noch eine Runde oder so wir nehmen wir auf jeden Fall noch weiter auf und ich denke der Tag an dem wir mal gewonnen haben ist wahrscheinlich der Tag an dem ich den tausendsten Abonnenten geschafft habe wir werden es sehen das ist jetzt ein Versuch um Abonnenten zu verdienen ne weil die Leute die mich angucken sind sowieso schon Abonnenten so also wen soll ich wen soll ich denn hier anbetteln Leute es ist ja ich will euch ja nicht antun unbedingt die neuesten Videos von mir immer regelmäßig sehen zu müssen ja sowas kann ich das kann ich nicht verantworten also nur wer nur wer wirklich will der und auch auf Dauer bekommt man da den Kuckuck ins ja ich rutsch jetzt mal kurz ich hab jetzt hier mal kurz die Lava Wildwasserbahn die ist total cool ja die ist so richtig wild Meinst du die beim Wooker? ja die kann nur von oben runter rutschen das macht als Spectator richtig Spaß ja das mache ich recht mal wenn jedenfalls wieder das ist ultra geil hier super wenn ich jetzt ins Wasser springe müsste ich ja eigentlich zu Obsidian werden nein Quatsch so also der war eigentlich cool wenn man ja so ein Obsidian-Plug-Blog wird ne Obsidian-Ausrüstung hier spontan ne richtig ja Leute ja hier das richtig an die Macher von Minecraft hier ja richtig Obsidian-Rüstung in der 1.4er Version bitteschön Obsidian-Ausrüstung wenn man also mit kommst du mir so froh dass man scheiße langsam in der Wasser rutscht weil das ist so ne richtige Wildwasserbahn ja ja das geht so richtig wild von statten da das ist soo so schnell man bekommt richtig Feuer unterm hinten dran ja 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 aber so einen dummen Witz hast du auf jeden Fall gebracht heute den du auch schon vorhattest jetzt Zielerfolg jetzt muss ich wirklich Verantwortung übernehmen und erstmal die Sendung abbrechen also wir sehen uns beim nächsten Video ne schöne Grüße von der Marvco genau und der Spielpirat Bye 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 Bye